Toys Wasser! Das ist echt so wunderschön. Aus der Nase tropft schon was. Hast du irgendwie Zwiebeln gegessen? Das riecht so. Der Beste kommt zum Schluss, also ich. Hallo und herzlich willkommen bei TipTapTube! Hi! Hallo und heute haben wir Chrissi mit dabei, wir haben Ash mit dabei, wir haben Mama mit dabei. Also wir sind hier zu viel. Wir spielen heute ein Spiel. Das seht ihr ja hier. Das heißt auf Englisch Pimple Pete. Auf Deutsch wäre es dann sowas wie Pickle Peter. Also wirklich Pickle. Ihr seht das Gesicht hier. Das sieht vielleicht nicht so lecker aus. Wir haben hier so ganz viele Punkte und sowas. Das sind Pickel. Zeig mal die Rückseite. Die Rückseite hat Chrissi gerade gesehen und sagt sie. Wie sieht denn das aus? Diese ganzen ekligen. Es gibt zwei verschiedene Sorten. Einmal so einen dicken Pickle. Für die gibt es dann drei Punkte, wenn man den rausgezogen bekommt. Und für die dünneren, die etwas leichter rausgehen. Dann einen Punkt. Zwei auch noch. Die Punkteanzahl steht auf dem Pickle drauf. Alles klar. Wer möchte anfangen? Mama, höre sie jetzt ganz außen. Manchmal kann es aber sein, dass man natürlich nass wird. Also ich drehe das einmal kurz. Jetzt. Aus der. Okay, dann wollen wir mal. Oh, Mama zieht was. Mmm, lecker. Ein Pickel ist weg. Ehh, es sieht so eklig aus, ne? Das ist richtig eklig. Ersch, du bist dran. Mach mal. Dutsi. Boah. Pickel ist draußen. Da braucht zwei. Es hat zwei. Es hat zwei Punkte. Und ich darf auf dem rechten Bereich, also hier irgendwo. Ich zieh mir mal den raus, ne? Also zieh mir mal raus. Da kann Wasser raus. Also Pickel plus das Pickelwasser. Ich weiß nicht, wer auf so eine Idee kommt. Ich auch nicht. Das ist nicht sehr lecker. Das ist immer raus. Ne, nicht festhalten, oder? Ne, nicht festhalten. Aber es ist nicht festhalten. Und ne. Ah. Mh. Da kommt ein ganz dicker raus. Ah. Den hast du gleich. Den hast du nicht. Ja, super. Zwei Punkte. Lecker und Pickel mit rausgezogen. Du bist hier dran. Das ist echt so wunderschön. Aus der Nase tropft schon was. Schnodder, oder was ist das? Ne, das ist das Pickelwasser. Also ich muss hier aus dem Bereich jetzt hier. Wieso kann man da auch so eine Idee so... Okay, ich kann leicht rausziehen. Ich habe wieder wahrscheinlich nur einen Punkt. Ja. Ich habe nur einen Punkt. Das ist echt widerlich. Aus der Richtung. Ja. Mh. Das ging ja leicht. Lecker. Nächstes dran. Ich bin dran. Ja. Von unten. Nehmen wir mal den hier und den hier. Oh, das ist so eklig. Oh, das war leicht. Das war ein Punkt für mich. Jawoll. Ist noch gar keiner das Wasser rausgespritzt. Oben rechts. Oben rechts darf Chrissy. Nur nicht festhalten, Chrissy. Bestimmt gibt es einen ganz dicken. Wasser gibt es noch nicht. Oh, das sind bestimmt drei Punkte, oder? Ne, oder? Ah, zwei Punkte? Drei Punkte. Geil. Oh, das sind ganz, ganz dicker. Mh, lecker. So, Mama. Du bist wieder dran. Ja, ich glaube auch. Ich habe jetzt von oben. Mh, lecker. Auch so ein kleiner... Zwei Punkte, oder? Zwei Punkte. Zwei Punkte. Also habe ich schon mal vier Punkte. Ash, du bist dran. Wir haben noch so ein paar Pickel. Dann nehmen wir den unteren da. Aber nicht da festhalten. Oh, das war ganz leicht. Ein Punkt. Easy peasy. Ich darf mal den von oben nehmen. Nehme ich den hier. Bäh. Kommen nichts raus? Nee. Aber auch zwei Punkte. So, Chrissy, nochmal drei Punkte. Ich glaube, Chrissy ist gerade voll in Führung, ne? Ja, ich glaube auch. Von oben. Welche nimmt... Mh. Wasser kommt immer noch nicht raus. Nein. Also Wasser kommt tatsächlich... Bäh. Bäh. Drei wieder. Drei. Oh. Oh. Alles klar. Chrissy. Für uns. Also Chrissy erwischt hier glaube ich die dicksten... Die dicksten... Es ist so ich wie, wird langsam schlecht. Muss ich ehrlich gestehen. Echt? Dir wird schlecht? Ja, weil man immer dran denkt. Ich darf mir jetzt von oben. Noch ein Pickel. Du ausdrücken kannst da. Oh, das wird teuer und dicker. Oh. Auch drei Punkte Pickel. Nein. Doch. Drei Punkte tatsächlich. Also habe ich schon mal fünf Punkte. Ich hab vier. Ich hab fünf. Ash. Oh, oh, oh. Oh, ach. Zwei. Da sind nur noch zwei da. Zwei Pickel. Dann ist der Pickelpeter danach einfach keine Pickel mehr. Also hat keinen mehr dran. Aber ganz viele Löcher im Gesicht. Boah. Der ist ja schwer. Mh. Zwei wieder. Ein Pickel noch für Chrissy, der da ist. Du brauchst gar nicht drehen, oder? Nee, brauchst du nicht drehen. Und? Mh, lecker. Lecker. Wahrscheinlich zwei. Drei. Wer hat die meisten Punkte? Ich glaube ich habe sechs Punkte. Sechs Punkte. Zwei. Eins. Warte mal. Zwei. Drei. Ich hab fünf Punkte. Entschuldigung. Ich hab fünf. Fünf. Ich hab sieben. Ich hab elf. Alles klar. Du bist ja elf, also du bist ja der Pickelmeister. So, wollen wir anfangen? Okay, so. Machen wir es dann. Ich drehe jetzt einfach eine Drehscheibe und ich muss jetzt von oben einen rausholen. Oh, das ist ganz mies. Warum? Wegen der Spritze. Ah! Jetzt habe ich sie ausgelöst, oder? Aber du bist nicht nack geworden. Und du bekommst noch so. Ja. Und du bekommst sogar... So, Spritze wieder nachladen. Okay. Okay. Was ist da? Ich hatte ja ihn gemacht, genau. Ich hatte ja ihn gemacht, genau. Ich hatte ja ihn gemacht, genau. Ehehehe. Ups. Oh! So, weiter geht's. Mama. Jetzt ist noch ein bisschen an deiner Spritze, ne? Bist du bereit? Mama ist ja heute noch auf. So, Mama. Bist du bereit? Es soll nichts werden. Wir wollten dieses Spiel eigentlich schon letzte Woche aufnehmen, ja? Ja, alles gut. So, Mama. Bist du bereit? So, ich bin bereit. Genau davor. Bitte in die Zielrichtung deinen Kopf halten. Genau davor. Ich bin bereit. Ich muss jetzt aus dem unteren Bereich einen raus. Ich bin davor. Döller. Ah! So, ey. Bist du bereit? Ich habe drei Punkte. Nicht schlecht. Und da oben. Der sappert schon. Du musst auch direkt da vorne. So. Direkt vor bitte. Okay, nächster. Wie viele Punkte hast du denn erwischt? Wie viele Punkte? Ne, zwei nur. So. Guck mal, was Max jetzt hier macht. Genau davor. Schön. Also, ich darf von oben annehmen. Das ist schon mal kein gutes Zeichen. Ne. Vielleicht musst du es aber unten festhalten, an dem blauen. Falls er gleich rutscht. Oh, oh. Das ist so eklig. Nicht nach unten ziehen. So, Max. Drei Punkte. So, Chris, du bist dran. Ja. Viel Spaß haben wir das werden schonmal. Neh mal. Genau. War schön davor, warte. Schön davor. Guck mal, alle zwingen sich fast. Ah, super. Du bist dran. Freust du dich auch schon, Mama? Ich freue mich sehr. Nimm deine Finger hier weg. Man muss das hier festhalten. Nein, muss man nicht. Nimm mal was. Yo, Ash. Ein Punkt. Ash, nimmst du einmal was? Und? Von rechts oben. Von rechts. Oh, okay. Oder unten? Ich bin das einfach so wie du. Wisst ihr was? Ahhhh! Das sieht so eklig aus, wenn man den rauszieht. Drei. Immerhin hast du schon sechs Punkte. Komm schon, oder fünf? Fünf. Super. So, Nächster. Wer ist jetzt dran? Ich hab bei Ash die Pistole ausgelöst. Warum? Kannst du dich erfüllen. Können wir bitte mal das Spiel weiterspielen. So, ich drehe schon mal, ne? Ich darf mir den ein nehmen von... Und ich nehme mir... Für welcher ist da drei Punkte aus? Die nehme ich mir. Ich muss einen von oben links nehmen. Ja, den hier. Und... Glück gehabt. Wie viele Punkte hast du? Einen Punkt. Super, jetzt. Krass hier dran. So, Chrissi! Oh. Wieder unten irgendwo. Nimm. Und... Haha, noch ein Button. Wird hier niemand mehr nass? So, Mama wird bestimmt nass, oder? Die wird nicht ausgelöst? Nein. Ey, ist ja unfair. Zwei. Und einmal ziehen von oben. Oh, das sieht so eklig. Oh, noch so lang. Wie viele Punkte? Drei. Cool, drei Punkte. Super. So, ich bekomme einen von... Sicher? Oh. Es war ja leid. Einen Punkt. Nice. Okay. So, ey. Äh, das sieht sehr richtig aus, ne? Wax. So, jetzt ziehen wir alle drei Punkte. Oh, der war ja leid. Oh, der war ja leid. Ne, doch nicht leid. Ah! 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 Mama! Alles hier rein. Du bist nass geworden. So, ey. Schauen wir mal für dich wieder auf. So, ey. Nee, du machst das mit Absicht. Ich rede schon mal für dich, okay? Hör auf! Lass die Hand da! So, die nimmst du da jetzt. Lass die Hand da! Okay. Hör auf, Max! Hör auf! Er hat festgehalten. Den hab ich gar nicht. Echt? Okay. Ich hab ne Ahnung. Oh, beide nach oben. Ah! Ah! Oh! Du darfst jetzt zwei Punkte bekommen. Das ist ein cooles Spiel, wenn es draußen total heiß ist. Da, glaub ich, wird sich jeder freuen, mal so eine Frischung zu bekommen. So, Chrissi! Einmal drehen. Ah, dann musst du ja nicht mehr. Dann musst du ja gar nicht. Nur nur einen. Und der ist so eklig, der letzte. Der ist so eklig. Kommt weiter runter! Kommt weiter runter! Nee, schafft sie, glaub ich. Nicht nach unten ziehen! Aber man kann nicht anders ziehen, weil sonst, ähm, kommt der ja gar nicht raus. Ah! Geschafft! Ich hab das Ziel wieder raus. Zwei Punkte. Nein, stopp! Ich hab acht, du hast sie. Halt, stopp! Warte! Ich hab mehr. 80 Punkte! 80? Geht gar nicht. Zwei. Dann hab ich hundert Punkte. Ich hab sie. Nein, du hast acht. Ich hab sieben. Ich hab hundert. Du hast sie. Ah, du hast sie. Ich hab hundert minus eine Null. Okay, dann hast du zehn, acht, sie und also okay. Ja, passt schon. Ich will sagen, bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Tschüss! Äh!